Alle, 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 alle. Servus zu einer weiteren Ausgabe 1889FM dem SSV Jahren-Fan-Podcast. Ich hätte mir gewünscht, dass wir heute in großer Runde eine Saisonabschluss-Folge machen würden, aber es stehen ja noch zwei Spiele an und Und da ich wenig Erfahrung zum Gegner habe, machen wir mal wieder eine Sonderfolge. Und das ist ganz witzig. Servus Gründer, du bist mal wieder Gast hier und das war schon 2020 so. Deswegen danke, dass du Zeit hast. Und zwischenzeitlich habe ich eigentlich mal gehofft, dass ich vielleicht noch jemanden aus anderen Vereinen mal in Podcasts bekomme. Weil ich habe ein bisschen Kritik bekommen, dass die Sonderfolge das erste Mal ist und dann ist es jemand aus Wiesbaden, wo sich die Ultras ja so nicht ganz super verstehen. Und jetzt habe ich zwischenzeitlich wieder nichts gemacht und jetzt bist wieder du aus Wiesbaden da. Also herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, dass unsere Ultras jetzt nicht so gut miteinander auskommen, dafür können wir zwar ja nur nichts. Ich weiß nicht, hat mir das das letzte Mal ja schon aufgedröselt? Wahrscheinlich hat man da schon drüber gesprochen, dass so die Ur-Ultras mit euren ja eigentlich damals ja ganz gut waren. Das ist ja so eine bisschen komplizierte Dreiecksbeziehung, das Ganze. Ja, genau. Also das hast du mir dann gesagt. Ich hatte es nicht am Schirm und deswegen gab es so ein bisschen Kritik, aber wir sind ja in dem Sinne auch kein Fanszene-Podcast. Und es geht ja um was Wichtiges. Deswegen bin ich echt ganz froh, dass du da Zeit hast, weil euer Werdegang ist ja auch sehr interessant. Ich verweise jetzt einfach mal drauf, wir sprechen jetzt nicht drüber, wie du zu Wiesbaden gekommen bist und über die Fusion oder beziehungsweise dir zusammenschloss. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt, letztes Mal hast du mich auch korrigiert. Ja, du kannst es nochmal ganz kurz anschneiden, aber wer es ausführlich hören will, ich verlinke noch die letzte Folge, da haben wir länger drüber gesprochen. Genau. Ja, um es nur mal ganz kurz für Hörer, die es damals noch nicht gehört haben, zu sagen. Also es gab nie eine Fusion. Der SVW oder der Mutterverein SVW aus Taunenstein, das ist auch nach wie vor derselbe. Bloß die Profiabteilung ist damals mit dem ersten Aufstieg 2007 nach Wiesbaden gezogen und tritt seitdem als SVW in Wiesbaden an. Das ist so ganz kurz. Aber es gab keine Fusion mit dem Wiesbadener Verein. Ich wollte es nicht sagen, aber du kennst es, wenn man es schon im Kopf hat. Ja, ja, genau. Ja, also vielleicht ein bisschen zu eurer Saison erstmal. Ihr seid ja auch, also erstens war der Aufstieg relativ spektakulär. Ihr habt ja die Relegation absolut gerockt. Ihr habt Bielefelder überhaupt gar keine Chance gegeben zu atmen. Das war sehr beeindruckend letztes Jahr. Dann waren die ersten Ergebnisse eigentlich auch ganz in Ordnung. Habt es dann eigentlich Knick gehabt, war es wieder kurz vor den Abstiegsplätzen, habt es euch dann aber auch wieder gefangen und im Mittelfeld positioniert. Und dann ging es euch so ein bisschen wie uns, dass die Rückrunde absolut beschissen war. Ja, genau. Also ich habe mir eure Runde auch mal so ein bisschen angeschaut. Und tatsächlich gibt es da so ein bisschen Parallelen. Bei uns ungefähr halt so mit der halben Punktzahl wie bei euch. Aber ansonsten kommt es ziemlich genau hin. Gut, dafür war unser Saisonziel ja auch nur drinbleiben und ihr wollt ja aufsteigen. Das wurde bei uns auch nie ausgerufen. Ja, nee, also bei uns tatsächlich, Klasse, halt war natürlich logischerweise das Ziel. Aber genau, ja, du sagst es, die Hinrunde war eigentlich sehr gut. Da waren wir vielleicht ein paar Punkte im Plus, kann man sagen. Also 22 Punkte nach der Hinrunde. Da haben wir uns dann schon so ausgemalt. Na ja gut, dann müssten so, wahrscheinlich so 16, 17, so in der Größenordnung, müssten eigentlich schon sicher reichen dann für die Rückrunde. Dass dann diese dermaßen schlechte Rückrunde dabei rauskommt, das hat uns dann doch überrascht. Das war eigentlich so bis, ich sag mal so, bis März war es eigentlich noch okay. Der Rückrundenstart war auch ganz okay, weil es man zum zweiten Mal überraschend gegen Hertha auch gewonnen hat. Und hier und da noch ein paar Punkte. Und dann wurde es so langsam, sind wir wieder abgerutscht. Dann kam ein sehr guter Auswärtssieg in Elvesberg. Und damit waren wir eigentlich wieder so voll im Soll. Seitdem, und das war Anfang März, haben wir allerdings kein einziges Spiel mehr gewonnen. Und das ist dann halt am Ende ein Problem. Also wir hätten eigentlich genug Chancen gehabt, uns aus dem ganzen Schlamassel rauszuhalten. Die wurden dann manchmal aus eigenem Unvermögen oder auch mit ein bisschen Pech, wurden diese Chancen nicht genutzt. Ja, und wenn man dann halt mal so unten drin steht, dann hat man auch mal eine blöde Schiedsrichterentscheidung gegen sich. Und so Kleinigkeiten, dann trifft man mal das Tor nicht. Und der Gegner murmelt irgendwie so einen Eckball im zweiten Versuch rein und lauter solche Sachen. Man kennt das. Ja, und so stehen wir da und sind jetzt dann, mussten am letzten Spieltag dann jetzt froh sein, dass Rostock eine genauso schlechte Serie jetzt zu Ende hatte und dann zum Glück noch hinter uns geblieben ist. So, dass wir uns jetzt hier in der Relegation wiedersehen. Ja, da hat quasi der alte Jadentrainer mit seiner relativ schlechten Performance in Rostock dafür gesorgt, dass wir jetzt aufeinandertreffen. Ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh drum. Gegen Rostock wäre natürlich die Aufmerksamkeit größer in ganz Fußball-Deutschland. Ich denke jetzt mal, Jan Regensburg gegen Wiesbaden wird jetzt keinen vom Hocker hauen, der nicht Regensburg- oder Wiesbaden-Fan ist. Aber das ist mir auch ganz recht. Genau, aber da kann ich gut mit leben, ja. Ja, mit ein bisschen Sorge, dass ich dann beim Live-Kommentar in Rostock, falls wir doch aufsteigen sollten, nicht mehr lebend rauskomme. Ich glaube, bei euch schafft man es noch. Bis jetzt sind mir da noch keine Klagen gekommen. Warst du grundsätzlich mit dem Kader vor der Saison zufrieden oder hast du da schon gedacht, da fehlt es noch, weiß ich nicht, in der Breite oder in der Spitze? Ja, also was sich eigentlich schon am Anfang der Saison abgezeichnet hat, hat sich auch so ungefähr bestätigt, was so unsere ersten Eindrücke waren. Man hatte sich, nachdem man so die letzten zwei Jahre eigentlich immer relativ viel Gegentore hatte, hat man jetzt gezielt in der Abwehr sich verstärkt gehabt mit mehreren erfahrenen Leuten. Und das hat auch gut funktioniert. Also vor allem in der Hinrunde, aber eigentlich auch in der Rückrunde waren es auch nicht so viele Gegentore. Also an der Defensivleistung lag es eigentlich insgesamt nicht. Eher vorne, da drückt der Schuh. Und das ist ja vielleicht bei euch auch so ein bisschen das Thema. Ich habe gesehen, ihr habt auch relativ wenig Tore geschossen dafür, dass er auf dem dritten Platz steht. Also alle drumherum haben wir, glaube ich, auch deutlich mehr. Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Da hat man jetzt mit Ivan Bretagian eigentlich nur einen Stürmer, der da einigermaßen regelmäßig getroffen hat. Und der Abgang von Benedikt Hollerbach, der letzte Saison auch so seinen richtigen Durchbruch hatte und dann zur Union Berlin gewechselt ist, den hat man nicht so richtig auffangen können. Man hat ein paar andere Stürmer noch geholt, aber alles eigentlich eher so von, ja, eher große, großgewachsene Typen. Jetzt so einen wuseligen, schnellen, trickreichen Dribbler-Typen wie Hollerbach haben wir jetzt eigentlich nicht dazu bekommen. Eher so als offensive Mittelfeldspieler. Da kam mit Jun-Joo Lee, ein Koreaner, der von Bayern 2 ausgeliehen ist für die Saison, der in der Hinrunde sehr gut gespielt hat. In der Rückrunde hing er ein bisschen durch. Und Nick Metzner, der, ja, ganz gute Ansätze hat, aber auch noch nicht so ganz den Durchbruch geschafft hat. Das heißt, vorne, da fehlt es dann insgesamt einfach so an, an einem Zweiten, der auch regelmäßig mal ein Tor schießt. Das ist so, das hat sich, anfangs konnte man es noch ganz gut kaschieren, dadurch, dass man relativ effizient war. Da hat man aus wenigen Chancen dann ab und zu mal einen gemacht und dann auch mal irgendwie ein Spiel einfach 1-0 gewonnen. Und das hat halt in der Rückrunde nicht mehr geklappt. Da hat man dann einfach zu wenig Tore erzielt und dann doch regelmäßig dann doch mindestens eins gefangen. Und ja, wenn man so auf die Ergebnisse schaut, sind viele Knappe dabei, auch in der Rückrunde. Also viele, weiß ich nicht, 0-1, 1-2. Aber halt am Ende zu wenig Punkte. Das summiert sich dann halt. Also wie gesagt, Tordifferenz ist eigentlich gar nicht so schlecht für die Position. Aber das reicht allein ja nicht. Ja, das ist immer, glaube ich, das grundlegende Problem, weil Stürmer ja eh Ragi-Sätze sind. Und wenn du dann am Ende der Nahrungskette der 2. Liga bist, dann wird es dann fast doch schwieriger, einen guten Stürmer zu finden als oben in der 3. Liga. Aber ja, bei uns war es eine Zeit lang, hat es halt der Fakt aufgefangen, dass jeder irgendwann mal ein Tor geschossen hat. Also wir hatten, glaube ich, 12 verschiedene Torschützen innerhalb der ersten 15 Spiele oder so. Macht einen ja auch unausrechenbarer. Und dann sind sie alle gefühlt gleichzeitig in ein Leistungsloch gefallen irgendwann mal und nicht mehr rausgekommen. Aber so richtig klar, warum bei uns der Bruch ist, die einen sagen so, die anderen so, also da kann man, glaube ich, 20 oder 30 Gründe nennen, warum bei uns das so abgekackt ist. Aber bei euch nochmal, ihr spielt mit einem offensiveren Spielsystem. Wir spielen halt die ganze Zeit schon mit dem 4-3-2-1 und wünschen uns echt mal wieder was mit Doppelspitze oder sonst irgendwas. Und es passiert gefühlt nicht, außer wenn wir in den Rückstand geraten haben, dann werden wir immer ein bisschen mutiger. Aber ihr spielt ja eigentlich Grundformation schon mit dem 3-1-4-2, was mir schon so ein bisschen Sorge bereitet. Dass ihr dann vor allem im Mittelfeld und dann halt natürlich bei uns vorne drin Übermaß habt. Und du hast gesagt, euer Stürmer ist groß, eure ganze Mannschaft ist groß. Also ihr werdet wahrscheinlich schon versuchen, eher auch den Höhenvorteil auszuspielen. Ja, also das vielleicht täuscht da so ein bisschen so die Formation, wenn man es so in den Spielberichten liest. Also ja, in letzter Zeit, so die letzten, weiß ich nicht, vier, sechs Spiele so in der Größenordnung, war es jetzt überwiegend mit zwei Stürmern in der Startelf. Aber generell ist es eigentlich schon ein Ansatz, der eher auf Sicherheit gedacht ist. Also die Dreierkette ist ja dann meistens eine Fünferkette, da im üblicher Weise der Gegner mehr den Ball hat. Das heißt, die beiden Außenbahnspiele arbeiten dann schon viel mit zurück. Das heißt, in vielen Fällen ist es eher eine Fünfer als eine Dreierkette dann. Und dann noch zwei defensive Mittelfeldspiele davor. Also das hat, wie gesagt, lange Zeit gut funktioniert. Man wusste aber auch, dass man damit auf Dauer nicht durchkommt. Kautschinski, der Trainer, bis vor kurzem, hatte das auch in der Hinrunde schon selbst gesagt. Da müssen wir auch besser Fußball spielen. Und Anfang der Rückrunde sah es halt auch so aus, dass man da so ein bisschen sich weiterentwickelt. Aber das ist dann irgendwann diese Entwicklung gestoppt oder konnte nicht fortgeführt werden. Und im Gegenteil, hat man sich dann eher zurückentwickelt. Ja, und dann hast du dann halt häufig, dass du dich einfach aufs Umschaltspiel und auf Standardsituationen konzentrierst. Und das dann mit viel Spielkultur jetzt, dass man jetzt irgendwie mal einen Gegner mal mit zwei Doppelpässen ausspielt irgendwie oder sowas. Das passiert nicht häufig. Also es ist schon viel mit Flanken, Standardsituationen oder halt schnelle Konter. Eher der Außenseiter Fußball. Aber klar, wir waren natürlich auch mit einer der größten Außenseiter jetzt in der zweiten Liga. Naja, was glaubst du, wie werdet ihr das in der Delegation angehen? Weil jetzt ist mir so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil wir verlieren eigentlich ständig gegen Spieler, die sich hinten, Mannschaften, die sich hinten reinstellen und dann den einen Konter gegen uns gewinnen. Weil ich meine, wir fangen ja auch nicht so viele Tore. Wir haben Probleme beim Toreschießen, vor allem halt solche Fünfer-, Siemerketten zu durchbrechen. Da haben wir überhaupt ja gar kein Mittel. Deswegen könnte es auch ein sehr langweiliges Delegationsspiel werden, wenn ihr euch hinten reinstellt, auf Konter wartet, die vielleicht nicht ausspielt. Wir keine Chance haben, irgendwie den Ball auch. Also Doppelpass, bei uns auch Fehlanzeige seit dem Spiel gegen Münster. Sie könnten es, glaube ich, aber da fehlt es so ein bisschen ja mental. Deswegen, ja, glaubst du, dass ihr die Favoritenrolle annimmt oder werdet ihr uns analysieren und euch auch erstmal hinten reinstellen und auf unser ja Idiotentum spekulieren? Ja, also ich ich nehme mal an, dass das Scouting und Träne bei uns eure Spiele auch entsprechend angeschaut haben und wahrscheinlich das, was du jetzt gerade erzählst, auch schon selbst rausgefunden haben. Und das passt ja eigentlich ganz gut. dass man seine eigene Spielweise jetzt nicht gar so sehr verändern muss. Also sprich, eine sehr solide Defensive und dann nach vorne, wie beschrieben, halt entweder mit Umschaltfußball und auch gucken, was aus Standardsituationen oder sowas passiert. Gelegentlich, das gab es schon mal, aber es ist natürlich jetzt nicht so oft, dass man auch mal schöne Kombinationen nach vorne hatte. Aber wie gesagt, das ist eher der Ausnahmefall. Also von daher denke ich, dass das, das wirst du jetzt nicht nach einer ganzen Saison jetzt plötzlich herzaubern können, dass wir jetzt da plötzlich mit Ballbesitzfußball kommen und jetzt dann irgendwie das große Umum euren Strafraum aufbauen und irgendwie den Ball so lange von links nach rechts schieben, bis dann die Lücke auf ist. Das werden wir wohl eher nicht sehen. Ich habe bloß die Zusammenfassung jetzt von St. Pauli gesehen. Das Spiel, da wart ihr aber schon mutiger als sonst, oder? Ja, wobei, ich glaube, in der ersten Halbzeit hatte St. Pauli über 70 Prozent Ballbesitz. Also das war, selbst für unsere Verhältnisse noch mal viel. Natürlich auch der Qualität des Gegners geschuldet. Aber die Nadelstiche, die ihr gesetzt habt, waren nicht schlecht. Genau, also tatsächlich, ich sage mal, wenn es richtig gut läuft, kann man sogar mit einem 2-0 in die Halbzeit gehen. Also da war ja noch eine zweite gute Chance, aber das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber tatsächlich, ja, die erste Chance nach einem Eckball gleich genutzt. Und hinten, unser Torwart Stritzel ist ein sehr guter, einer der Besten der zweiten Liga, zumindest was die Kickernoten angeht. Und der hat dann auch noch mal zwei, drei Dinge gut rausgeholt. Gut, in der zweiten Halbzeit hat St. Pauli dann wahrscheinlich dann mal geguckt, wo Kiel führt auch. Wenn wir hier Meister werden wollen, dann müssen wir was machen und dann haben sie vielleicht noch mal ein Schippchen draufgelegt. Ja, da sieht man dann halt den Unterschied zwischen dem ersten und dem sechzehnten dann halt schon recht deutlich. Kurze Werbeunterbrechung für unseren treuen Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Und ihr kennt das Spiel, wenn ihr euch fit machen wollt für den Sommer oder was für euren Rücken machen wollt, je nach Alter. Bei mir wäre es langsam eher wieder der Rücken. Dann geht doch in den Rebest Fitness Club in Regensburg. Dort gibt es auch einen sehr guten Sparbereich, wenn man ein bisschen relaxen möchte nach dem Training eines der Premium Fitness Studios in Regensburg mit dem Codewort 1889FM beziehungsweise Jahn Podcast erhaltet ihr beim Abschluss eines Vertrages. Nicht nur vergünstigte Konditionen, sondern auch ein Jahn Trikot mit Wunschflock von der neuen Saison, wenn die dann verfügbar sind. Einfach per WhatsApp Kontaktformular oder klassisch per Telefon einen unverbindlichen Beratungstermin oder ein Probetraining bruchen und dann mal schauen und wie vergessen, wie gesagt, nicht vergessen, das Codewort 1889 zu verwenden. Wie ihr den Rebest Fitness Club in Regensburg erreicht, findet ihr in den Shownotes oder auf 1889 unter der Folge oder nutzt eine Suchmaschine eures Vertrauens. Es geht weiter. Zwischenfrage, ist euer Platz überhaupt noch bespülbar nach der Feier? Ja, so wie ich gehört habe von St. Pauli-Fans, die auf dem Platz waren, haben sie, glaube ich, sich einigermaßen beherrscht, den Rasen auseinander zu rupfen. Sie haben zwar irgendwie, glaube ich, alles mitgehen lassen, was nicht nid und nagelfest war, um sich da so ihre Erinnerungsstückchen irgendwie mitzunehmen. Wobei ich glaube, die Werbebanden konnten sie da nicht raustragen. Da sind sie wahrscheinlich dann spätestens am Ausgang dann aufgehalten worden. Aber ich glaube, der Rasen, also jetzt bis nächste Woche sollte das schon wieder hinhauen. Hat es sich geärgert, dass die da in eurem Stadion so gefeiert haben? Weil ich meine, ihr seid ja quasi, also nicht abgestiegen, aber in die Delegation gelandet. Also mich hat es damals schon ein bisschen geärgert, dass Heidenheim da so bei uns gefeiert hat, auch wenn die sich dann bedankt haben, dass wir sie feiern haben lassen. Aber ich fand es, ich hätte es nicht geil gefunden. Mich hat nur abgelenkt, weil wir damals Sebastian Nachreiner verabschiedet haben. Deswegen war der Abstieg dann nicht mehr ganz so spärzlich, weil wir gleichzeitig noch unsere Legende verabschiedet haben. Ja, also es hätte mich sicherlich sehr gestört, wenn wir tatsächlich abgestiegen wären. Das war ja die Möglichkeit. Entweder wir kommen in die Delegation oder wir steigen direkt ab. Mehr gab es ja nicht mehr am letzten Samstag. Und da war ja dann noch die lange Spielunterbrechung in Rostock. Von daher war es noch nicht ganz klar. Warst du so lange im Stadion? Ja, ja, ja. Genau, wir standen sogar noch die ganze Zeit noch im Block und haben das dann noch abgewartet, bis dann da tatsächlich in den letzten paar Minuten dann noch nachgespielt oder wieder gespielt wurden. Es sah ja schon ganz gut aus. Also ich meine, Rostock hätte noch zwei Tore gebraucht und ja, so schwer, wie die sich mit dem Toreschießen auch tun, hätte es schon mit dem Teufel zugehen müssen. Aber wir sind ja auch ein bisschen gebrannte Kinder. Letztes Jahr war es ja auch am letzten Spieltag, dass Osnabrück mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch an uns vorbeizog und dann direkt aufgestiegen ist. Von daher war da schon so eine gewisse Zurückhaltung noch. Aber ja, ich sage mal, wenn klar gewesen wäre, dass wir da jetzt absteigen, dann hätte mich das schon massiv gesteuert, wenn da jetzt St. Pauli-Fans dann vor unserer Nase dann da herumtanzen. So war es dann am Ende okay. Also die kamen dann auch so nach und nach dann sozusagen näher dann zu unserem Block und haben dann in unsere Gesänge dann mit eingestimmt. Da konnte man sich zusammen noch so ein bisschen gegenseitig feiern. Das war dann okay. Also für dich ist quasi die Relegation jetzt eigentlich ein Sieg? Ja, nach den letzten, also ich weiß nicht, ich glaube schon vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Wochen oder sowas habe ich gesagt, wenn mir jetzt eine die Relegation anbietet, dann schlage ich ein, weil das war, der Trend ging schon so dermaßen in die Abwärtsrichtung, dass ich schon wirklich Sorge hatte, dass wir, ja, ich glaube, wir waren 30 Spieltage lang nicht einmal auf dem Abstiegsplatz und dann rutscht man doch noch unten rein und dann sah es auch noch so aus, dass wir es dann tatsächlich komplett vermasseln. Von daher ist die Relegation für mich jetzt ein Zwischenerfolg, ja. Nochmal ganz kurz zurück zu Kautschinski, also ist ein Trainer, den ich wahrscheinlich auch hätte genommen, also nicht einer auf meiner Liste, oh Gott, bitte nicht. Warum hat es mit dem dann schlussendlich nicht geklappt? Ja, dass man zwischendurch auch mal Durststrecken haben wird in der zweiten Liga und auch mehrere Spiele dann ohne Punkte oder zumindest ohne Sieg bleibt, das war einkalkuliert, das war jedem klar. Jetzt gegen Ende, da sah es dann halt schon ein bisschen nach Verzweiflung dann aus, auch so die Aufstellungen waren dann teilweise schon so ein bisschen, wo wir uns dann vorm Spiel gedacht haben, uh, ob das mal eine gute Idee ist. Also nachdem man jetzt so die ganze Saison eigentlich mit der Dreier-Schrägstrich-Fünferkette gespielt hat, hat das dann ein paar Mal dann mit der Viererkette dann versucht und unseren zentralen Abwehrmann, den Markus Matthiesen, dann ins defensive Mittelfeld vorgeschoben, wo er, was er zwar eigentlich wohl auch kann, aber in den Spielen halt überhaupt nicht gut funktioniert hat und wenn er geändert hat, dann auch viel zu spät, also wo man jetzt beispielsweise das letzte Spiel der Kolchinski dann gegenführt, wo man wirklich sehr glücklich 2-0 führt, aber eigentlich schon nach 10 Minuten oder eine Viertelstunde man schon gesehen hat, okay, die spazieren da durch unsere Abwehr, das funktioniert hinten und vorne nicht, da hat es dann auch gedauert bis zur Halbzeit, bis dann reagiert wurde und wieder umgestellt wurde, da stand es dann aber schon 2-3, so und das waren dann verschiedene Sachen, wo man da wirklich am Ende dachte, irgendwie ja, er hat so seinen letzten Patronen verschossen, es sind jetzt so ein paar so Verzweiflungstaten dann dabei gewesen und da ist offensichtlich dann so das Vertrauen verloren gegangen und es war tatsächlich auch, ging es mir und einigen anderen dann so, dass wir erstmals gesagt haben, vielleicht müssen wir doch nochmal wechseln kurz vor Schluss, also ich bin eigentlich keiner, der schnell Trainer rausruft, aber tatsächlich war da so der Moment gekommen nach dem Fürth-Spiel, wo man dann 5 Gegentore dann kriegt, wo man sagt, okay, das kann nicht mehr funktionieren, da müssen wir jetzt noch was ändern. Das hört sich so brutal nach unserer Abstiegssaison aus der 2. Liga an, da war es auch, das führt für mich, das Kraut ausgeschüttet hat, aber wir haben dann noch relativ lange gewartet, um unseren Trainer damals rauszuschmeißen, also rauszuschmeißen in Meersat. Bei uns gab es dann die Meinung, hätte man den Trainer zwei, drei Spieltage früher gewechselt, hätte es noch hingehauen, bei euch auch? Ja, die, klar, das ist natürlich, wenn man sich rückblickend anschaut, dann gibt es natürlich immer solche Überlegungen, also das, so nach dem, völlig unnötig verlorenen Heimspiel gegen Osnabrück, da hätte man vielleicht schon, oder auch gegen eine Woche später die Niederlage in Rostock, so gegen die direkten Konkurrenten, das wären schon, so im Nachhinein hätte man auch sagen können, vielleicht da hätte man schon wechseln können. Andererseits, es ist dann halt auch ein bisschen undankbar, dann irgendwie halt nach zwei, drei schlechten Spielen dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir da noch was machen, jetzt kriegen wir kalte Füße, weil sie sind eigentlich hier jetzt die letzten Jahre beim SVBW auch nicht bekannt dafür gewesen, vorschnell jetzt einen Trainer rauszuschmeißen, also man hat jetzt zu Recht relativ viel Konstanz jetzt auf der Trainerbank gehabt die letzten Jahre, also Koczynski war jetzt, wie lange, zweieinhalb Jahre glaube ich da und vorher Rüdiger Rehm fast fünf Jahre, also das hat sich eigentlich ausgezahlt und man hätte sicherlich auch gerne die Saison mit ihm zu Ende gespielt, aber da war dann jetzt wohl dann der Punkt einfach erreicht, wo dann die Vereinsführung dann gesagt hat, wir brauchen jetzt nochmal was anderes. Ja und dann wurde es Nils Döring, vorher Co-Trainer und ein Eigengewächs von euch. Bist du damit zufrieden oder hättest du dir lieber irgendwie einen Feuerwehrmann oder noch irgendjemand, der dann danach eh in der dritten Liga oder der zweiten Liga den Neuaufbau stemmt? Ja, nee, ich finde die Lösung an sich eigentlich ganz gut. Man hat Nils Döring im Prinzip jahrelang aufgebaut, der hatte ja seine, also der ist tatsächlich gebürtiger Wiesbadener und hat dann so am Ende seiner Profikarriere dann noch irgendwie ein oder zwei Jahre hier gespielt, war dann Teammanager, dann war er Jugendtrainer ja viele Jahre in verschiedenen Mannschaften, dann seit einigen Jahren jetzt Co-Trainer. Man hat, ja weiß ich nicht, ob man das sagen kann, dafür gesorgt oder hat ihn unterstützt, dass er auch die Pro-Lizenz machen konnte. Die hat er letztes Jahr abgeschlossen, also man hat letztendlich sich jemanden aufgebaut und jetzt gerade so in der Kürze der Zeit, drei Spieltage vor Schluss, wenn du da jetzt jemanden von extern reinholst, der vielleicht die Mannschaft auch erst kennenlernen muss. Ja, also ich denke, es war schon eine vernünftige Lösung zu sagen, wir vertrauen jetzt auf Döring, kennt die Mannschaft, der hat dann mit unserem Alf Minzel sich noch einen Co-Trainer dann dazu geholt, der hier natürlich auch Legenden-Status genießt, aber jetzt nicht nur deswegen, sondern vor allem, weil der halt auch, ich denke so, von der Mentalität und Psychologie vielleicht nochmal einen guten Input liefern kann. In den Ergebnissen haben wir es jetzt leider nicht gesehen. Alle drei Spiele gingen jetzt jeweils knapp verloren, aber ich denke, es war schon wieder deutlich stabiler und Ihr wurdet auch nicht mehr abgeschossen seitdem. Genau, und es war jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, dass halt jetzt zwei von den drei Spielen waren jetzt halt gegen die zwei Aufsteiger mit Kiel und St. Pauli. Das Spiel in Braunschweig, da hätte man halt schon was holen müssen. Das ist dann schon ein bisschen bitter. Aber gut, so ist es. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, ich fand es in Ordnung, die Lösung mit Döring und ich glaube auch, dass er auch nächstes Jahr Cheftrainer sein könnte. Kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie man sich jetzt in der Relegation präsentiert. Ja, du hast gesagt, letztes Jahr war es bei euch auch so, dass ihr am letzten Spieltag noch auf Platz drei gerutscht seid. Wie war denn damals eure Gefühlslage? Weil, also, bei uns ist es gerade so, ich glaube, wir sind der Drittliga Relegations, die Drittliga Relegationsmannschaft die wenigsten Bock auf Relegation hat seit der Einführung der Relegation. Also, bei uns brennt gerade keiner. Ja, es ist witzig, weil, also vor ein paar Wochen, da waren ja noch mehrere dann in der Verlosung, die jetzt aus der dritten Liga in die Relegation hätten kommen können und was ich mir die so angeschaut habe, da war tatsächlich ihr mir die Liebsten, so von der Formkurve her. Ah, kann ich verstehen. Ja, sorry to say. Also von daher, also jetzt, ich bin ganz froh, dass Dresden den einen Punkt weniger hat und Münster wäre mir jetzt auch nicht recht gewesen, gerade unsere beiden Ex-Spieler, die jetzt auch die beiden Tore geschossen haben, Hofza und Lorenz, ja, ich glaube, die hätten nochmal eine extra Portion Motivation mitgebracht. Von daher ist es, ich sage mal, von der Papierform her jetzt mir schon so die liebste Konstellation, so wie es jetzt ist. Und hier, ja, wie gesagt, nachdem der Trend jetzt seit längerer Zeit hier so runterging, denke ich, werden die meisten die Relegation jetzt als Chance ansehen. Also ich, für mich ist es auf jeden Fall so. Denkst du auch, dass die Spieler das so fühlen? Weil, keine Ahnung, also ich meine, man merkt es ja schon so ein bisschen auch am Spirit und so, ob die Bock haben oder nicht. Ich würde halt bei uns behaupten, dass bis auf drei, vier Leute alle eher, ja, ja, keinen Bock haben. Was heißt keinen Bock? Kein Bock ist ein stimmendes Wort, aber bis auf drei, vier Leute, die hätten lieber, dass es schon Saisonpause wäre. Also die, da merkt man, die gehen am Zahnfleisch daher und vielleicht haben wir auch unterschätzt, wie Lagen so eine Drittligasaison ist, sind ja doch noch mal vier Spiele mehr. Ja, nee, ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Also, dass man bis zum Schluss um den Ligaverbleib kämpfen muss, das war im Prinzip von vornherein klar. Also ich meine, natürlich hätte man es gewünscht, dass wir deswegen schon ein, zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt sicher haben. Ist jetzt nicht so gekommen, aber es ist jetzt, wenn man die Situation vor der Saison betrachtet, natürlich kein Wunder, dass man jetzt bis zum Schluss und jetzt halt eben mit zwei Extraspielen drum kämpfen muss. Es sind ja auch noch einige vom letzten Jahr dabei, die schon erfolgreich Relegationen gespielt haben und jetzt lass mich gerade überlegen, ich glaube, Sascha Mockenhaupt ist der Einzige, der auch schon 2019 in der Relegation dabei war. Also das heißt, ja, wir hoffen mal, dass es auch im dritten Anlauf funktioniert, jetzt zum ersten Mal quasi als Zweitligist auf dem Papier möglicherweise der Favorit, wobei die meisten Jahre war ja der, also die Statistik spricht ja eigentlich für die Drittligisten. Von daher würde ich sagen, das dürfte ein ziemliches Fifty-Fifty-Ding werden. Ja, also wenn man es gut sieht, Fifty-Fifty, aber ich würde glaube ich, realistisch würde ich sagen, 60-40 auf eurer Seite. Aber ich glaube, ja, es hängt alles daran, wie die, wie die erste Halbzeit auch so ein bisschen am Freitag ist. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen das Gespür bekommen, da geht was, dann werden das ganz andere zwei Spiele, als wenn wir gleich wieder mit, oh, ist das schwer, die Beine sind schwer, der Kopf ist schwer. Also ich bin wirklich gespannt. Ich hoffe, der Hype wächst auch langsam an im Laufe der Woche. Aber bis jetzt ist die Stimmung bei uns im Umfeld wirklich katastrophal, würde ich fast sagen, obwohl das ja eigentlich trotzdem ein saugeiles Ergebnis für uns Dritter ist in der Dritten Liga mit der komplett neu zusammengewürfelten Mannschaft. Noch eine Frage zu euch, wie würdest du gegen euch spielen, um zu gewinnen? Ja, gut, das sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, Ivan Bretagian möglichst ausschalten, unsere Mittelstürme. Das ist wirklich der gefährlichste, wenn du den einigermaßen in den Griff kriegst und das ist möglich, das haben schon diverse Mannschaften jetzt geschafft im Laufe der Saison, dann hast du schon mal einiges an Wehner Offensivgefahr sozusagen gebannt. Und zum anderen würde ich es vorne eher nicht mit hohen Bällen versuchen. Wir haben, hast du selbst vorhin schon erwähnt, wir haben viele große Spiele in der Abwehr, die köpfen eigentlich so ziemlich alles raus. Also da, wenn du ein paar spielerisch gute hast, die vielleicht auch mal mit Kombinationen bis an oder in den Strafraum reinkommen, da hast du sicherlich einen Vorteil. Und dafür, dass ihr aber so groß seid, fragt ihr euch erstaunlich viele Standards, habe ich gelesen oder gehört bei der anderen Analyse. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, gefühlt sind es nicht so viele. Also ich glaube so bei Ecken hat man vielleicht, weiß ich nicht, so, also weniger als fünf, auf jeden Fall vielleicht drei so in der Größenordnung, Freistöße, weiß ich jetzt gar nicht. Also gefühlt sind es nicht so viele. Ich habe es bloß bei einer anderen YouTube-Analyse gesehen und bin mir nicht sicher, wie gut der ist. Ja, vielleicht täuscht mich aber auch mein Gefühl, also ich habe jetzt gerade keine Statistik da. Gut, kann ich dir auch nicht liefern, weil es für Statistiken immer sehr schwierig zu finden auch insgesamt, wenn man nicht irgendwie, ob da super Premium-Partner ist wie die Kollegen von Miller & Thun. Da warst du ja auch gestern. Da war ich jetzt auch schon wieder, genau, jetzt vor dem Spiel und nach dem Spiel, ja, das ist auch immer sehr nett, aber die werden uns jetzt leider ein paar Jahre wahrscheinlich nicht beinladen können. Ja, Pokal gibt es ja noch. Das stimmt. Auch ein wichtiger Punkt für uns, weil ich habe immer gesagt, mindestens Vierter sollte man werden und das sollten wir auch als Ziel ausrufen, haben wir nicht, aber hätten wir sollen und DFB-Pokal finde ich immens wichtig, aber natürlich, wenn du mit zwölf Punkten Vorsprung in die Winterpause gehst, willst du halt auch einfach direkt aufsteigen, deswegen bei uns so ein bisschen natürlich auch die Stimmung am Boden, aber bei euch, also du sagst, bei euch sieht es nicht so aus, aber ihr habt ja in den letzten zehn Spielen nur einen Punkt geholt, wir in den letzten sechs Spielen nicht gewonnen, ich weiß nicht, wie viele Punkte müsste ich jetzt ausrechnen, eins, zwei, drei Punkte geholt mit drei Unentschieden, also wir haben es dann zumindest immer mal wieder geschafft, wenigstens noch einen Unentschieden reinzustreuen, deswegen wird es wahrscheinlich kein Fußballleckerbissen am Ende. Das steht zu befürchten, ja, das könnte auch sein, dass sich da, weiß nicht, beide Spiele vielleicht nur mit einem Tor jeweils entscheiden, das, aber gut, wir wissen ja, wie Fußball ist, am Ende gibt es dann da irgendwie, keine Ahnung, ein 3-3 im Hinspiel und ein 3-2 im Rückspiel oder so ein Schmarrn, man steckt ja nicht drin. Glaubst du, ihr macht den Auswärtsblock voll, weil wir spekulieren die ganze Zeit, ob es Auswärtskaufs ein wird oder nicht? Voll sicherlich nicht, also das, ich glaube, wir, ich wüsste nicht, wann wir jemals den Auswärtsblock voll gemacht haben, also wir hatten jetzt in der zweiten Liga jetzt für unsere Verhältnisse einige gute Auswärtsfahrten, wo wir tatsächlich auch mal vierstellig irgendwo angereist sind, aber dann halt natürlich in den großen Stadien, wo dann trotzdem immer noch der Block dann fällt, das wäre jetzt nicht klein, das ist jetzt, was weiß ich, so auf Schalke oder sowas, wenn wir da tausend Leute waren oder in St. Pauli, da sind wir dann immer noch vergleichsweise wenig, von daher glaube ich nicht, dass wir jetzt am Freitagabend in Regensburg jetzt mit einer Riesenhorde einfallen werden, ein paar hundert werden es schon werden, aber ich weiß nicht, euer Auswärtsblock werden wahrscheinlich auch so, diese 1500 werden es bestimmt sein, also das werden wir garantiert nicht erreichen. 1500 ist der komplette Auswärtsblock, vielleicht schafft es ja, den Stehplatzblock und es müssten 500 sein. Ja, das wäre schon sehr ambitioniert und würde mich freuen. Eine Reise nach Regensburg ist immer was wert. Ja, also ich bin dabei, klar, ich habe heute mein Busticket gebucht, aber... Bleibst du über Nacht? Nee, der Bus fährt dann danach wieder heim, der ist vom Verein organisiert, da kommen wir dann irgendwann wahrscheinlich um 4 Uhr früh oder irgendwas wieder heim nach Wiesbaden, aber gut, okay, es ist ja dann diesmal günstiger für uns, es ist ja der Samstag direkt danach, das ist jetzt nicht ganz so tragisch, ihr habt es ja dann mit dem Rückspiel ein bisschen ungünstiger am Dienstagabend. Das stimmt, deswegen kommentiere ich, dann muss ich mich nicht um die An- und Abreise kümmern. Sehr gut. Ja, mir fallen jetzt nicht mehr so viele Fragen zu dir ein, aber du wolltest auch noch ein, zwei Fragen an mich stellen. Ja, du hast es im Prinzip schon selbst erzählt, also meine dringlichste Frage wäre eigentlich gewesen, was ist da so in der Winterpause oder danach passiert, aber du sagst ja selbst, den einen Grund, die zwei, drei großen Gründe gibt es jetzt nicht unbedingt? Ja, ich kann nur ausholen und ich denke, das muss man dann vielleicht auch mal generell in dem Verein analysieren. Aus meiner Sicht natürlich der Tod von Diawosi, der hat wahrscheinlich auch mehr Auswirkungen gehabt, als wir befürchtet haben. Man hat es ja damals beim Tod von Robert Enke auch gesehen, dass Hannover 96 gerade noch so, obwohl sie gut dabei waren in der Saison, glaube ich, den Klassenerhalt geschafft haben und wir haben uns mental auch von Spiel zu Spiel geschleppt, das hat man immer mehr gemerkt. Dann gab es das Knackpunktspiel gegen Sandhausen, wo du 3-0 führst und 6-3 verlierst und völlig eingebrochen bist. Davon hast du dich auch mental aus meiner Sicht nicht mehr erholt und was so ein generelles Kritikpunkt von mir an die Geschäftsführung und alles ist und ich meine, sie machen ihren Job ja fantastisch gut, weil sie haben aus dem absoluten Chaosverein Jan Regensburg einen stabilen Drittligisten, der immer mal wieder die Zweitligist-Liga schnuppern kann, gemacht, aber ich finde unsere Ambitionslosigkeit im Winter unerträglich, wenn ich da oben stehe mit 12 Punkten Vorsprung und die Chance habe, also eigentlich gar nicht mehr nicht aufsteigen zu können, ja, also da musste man ja schon so scheiße spielen, wie wir jetzt gespielt haben, um überhaupt noch in die Relegation zu kommen, weil das war ja eine Kmar-Devise, und du hättest ja nur ein Spiel mehr gewinnen müssen und du hast gegen Freiburg 2 verloren, du hast gegen Köln verloren, du hast gegen Dresden in der Phase verloren, wo Dresden gegen alle verloren hat, bloß nicht gegen uns und das immer wieder schön zu reden, nein, ich erwarte nicht, dass ein Jahr in Regensburg aufsteigt, aber ich erwarte, dass wir nicht gegen die schlechtesten Mannschaften der Liga ständig uns abschlachten lassen, das ist ein Unterschied und ich finde auch ein Zeichen, im Winter war, dass wenn dir der einzige Fahrbeersatz wegstirbt, unser, einer der, also nicht der wichtigste Stimme, aber der Hotman war ein wichtiger Baustein vorne drin, weil das war der einzige große, stabile, breite Brackel, der hat sich dann ins Kreuzband und Meniskus und alles gerissen und dann kaufst du halt Metallic einen Halbinvaliden, wo du eh schon weißt, der muss wahrscheinlich noch zwei, drei Wochen in die Reha, mal schauen, wie es dann überhaupt wird, der hat sich dann nochmal ins Kreuzband gerissen und der Valderi Mustafa war halt irgendeine Wundertüte als Stürmer da drin und offensichtlich performt er nicht, weil sonst hätte er ja irgendwann mal gespielt, obwohl ich fand, die paar Minuten, wo er mal eingewechselt wurde, war er eigentlich in Ordnung und hat das gemacht, was er machen sollte, aber dann ist er auch irgendwann mal von der Bildfläche verschwunden und spielt jetzt seit drei Monaten nicht mehr so gefühlt. Also auch eine absolut unambitionierte Transferphase im Winter, wo man noch gewusst hat, wenn man wahrscheinlich noch ein bisschen den Kader in der Breite verstärkt, weil man hat ja auch gemerkt, manche Spieler waren einfach überspielt und wenn du keinen Konkurrenzkampf auf deiner Position hast, ist es halt vielleicht auch immer schwer, jede Woche 100 Prozent zu geben. Wenn ich dann auch meine Transferphase unambitioniert gestalte, kann ich auch nicht sagen, ja, jetzt will ich aber doch aufsteigen. Irgendwann haben wir uns dann durchgerungen, zu sagen, ja, jetzt müssen wir dann schon langsam aufsteigen. Das war, glaube ich, nach dem Sieg gegen Preußen Münster. Das war viel zu spät, das war dann genau in der Phase, wo du eh schon auf Absprung bist und dann gibst du ihn noch mit, jetzt musst du aber aufsteigen. Das hätte aus meiner Sicht in der Winterpause ausgerufen werden müssen und untermalt mit den richtigen Transfers, damit man das auch glaubt und das dann vor sich hintragen, ja, und diese gemeinsame Mission vorantragen und nicht immer dieses, ja, schauen wir mal, wir sind ja im Soll und vor der Saison hat uns ja jeder irgendwo auf Platz 8 gesehen, jetzt ist doch eh schon ein Riesenerfolg. Seid halt mal damit zufrieden. Und eine Kleinigkeit, taktisch, wir haben es nicht geschafft, bis auf, naja, bis auf, ab der 60. Minute, aber kein neues Grundsystem zu installieren und spielerisch haben wir uns auch so ein bisschen zurückentwickelt, also weil diese Kombinationen, die du ansprichst, die gab es, das war teilweise wunderschön zuzuschauen, wie die da manchmal miteinander harmonieren, bis auf die Grundlinie durchgehen, sich überlaufen und jetzt kommen die ganze Zeit nur noch solche Halbfeldtrotz-Flanken, die mich letztes Jahr auch schon aufgeregt haben, wegen dem wir abgestiegen sind, wo du eben sagst, die helfen halt nicht, sie werden dir zu 99% rausgeköpft, da musst du halt den Meter mehr gehen und flach das Ding in den 16er wichsen, sodass halt lobfalls der Verteidiger ein Eigentor schießt. Ja, also ich sag mal, mit der, die etwas zurückhaltende Transferpolitik im Winter, das ist auch so eine weitere Parallele, die ich bei uns auch sehe, also unsere Offensivprobleme, die waren ja auch offensichtlich, man hat zwar dann halt eben 22 Punkten ja den gute Hinrunde dann gehabt von den Punkten her, aber das waren wenig Tore und dann holt man dann halt einen, einen Stürmer, der sich auch erst nochmal reingewöhnen muss aus der, aus der holländischen Liga, der auch nicht sofort eingeschlägt, war wahrscheinlich auch nicht zu erwarten, aber das war halt auch vielleicht ein bisschen dünn, also da hätte man vielleicht auch, ja, vielleicht sich noch ein bisschen mehr trauen sollen, aber klar, ich meine, wo kriegst du im Winter einen guten Angreifer her oder einen guten Mittelfeldspieler, das ist natürlich schwierig, sehe ich schon, aber ja, das ist bei uns ähnlich, also da hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr noch investieren müssen, ja. Wie sieht es dann eigentlich bei euch nachwuchsleistungstechnisch aus? Habt ihr so ein starkes NLZ? Versucht ihr, Jugendspiele einzubauen? Weil das ist ja bei uns schon, zumindest in der Dritten Liga jetzt sehr wichtig geworden mit Jonas Bauer, Max Mayer, welche, die jetzt auch zuletzt immer wichtiger wurden, weil sie so ein bisschen sich mehr trauen als die etablierten, junge Wilde? Also an sich ist das NLZ eigentlich ganz gut aufgestellt, ist da auch so vom DFB oder DFL da in der höchsten Kategorie, früher gab es da eigentlich Sterne, jetzt sind das glaube ich irgendwie andere Kategorien, ich habe es wieder vergessen, ist da auch auf jeden Fall top bewertet, das hat sich so in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre sehr gut entwickelt, auch wenn aktuell die A- und B-Jugend jeweils nicht in der Junioren-Bundesliga spielen, sondern halt nur in der Hessenliga. Gibt es aber nächstes Jahr eine NLZ-Liga, ja. Genau, genau, das hat sich ab nächstem Jahr dann erledigt. Es gibt ein paar, die immer so im Kader sind, aber ich glaube, hatte auch nur einer dieses Jahr einen Einsatz, ich glaube nicht. Letztes Jahr hat man noch Arthur Lyska, unseren zweiten Torwart, der hatte letztes Jahr noch relativ viele Einsätze, als Stritzel mal eine Zeitlang Verletzte ausfiel, hat das auch sehr gut gemacht, also der hätte, ich sage mal, von ihm aus sicherlich auch, hätte eine Chance verdient gehabt, auch mal in der zweiten Liga zu spielen, aber Stritzel, hat keinen Anlass gegeben, also weder aus Verletzungs- noch aus Formgründen ihn da rauszunehmen, von daher war das jetzt natürlich dann Pech für Lyska. Und dann gibt es noch so ein paar, die regelmäßig mittrainieren, aber ja gut, Nesim Eluati, das ist ein junger Linksverteidiger, der hat jetzt, ist sich vor einer Zeit auch verletzt, also der hätte vielleicht eine Chance kriegen können, weil gerade auf links haben mehrere gefehlt, so unter links in der Abwehr, aber das hat dann nicht gepasst. Ja, und dann gibt es, ist man jetzt ganz stolz auf Ben Nink, der hat jetzt ein paar Junioren-Länderspiele gemacht, aber in der U17, also das ist dann auch relativ weit weg dann vom Profifußball, also ich glaube, der braucht sicherlich nochmal ein Jahr U19, bevor er dann ein Thema wird für die erste Mannschaft. Generell ist die Durchlässigkeit jetzt nicht gar so riesig in den letzten Jahren gewesen, also es ist wirklich sehr selten, dass da jemand tatsächlich mal ein bisschen die erste Liga, ein bisschen die erste Mannschaft schafft. Leider wünschen wir jetzt natürlich auch, klar, möchte jeder gerne, aber momentan ist da jetzt keiner so wirklich, der sich da aufdrängt. Ja, Durchlässigkeit in die dritte Liga ist natürlich auch einfacher als in die zweite Liga, sind schon ein himmelweiter Unterschied so ein bisschen. Und noch eine Frage, die mich persönlich interessiert, gibt es irgendwas Neues zum Stadion oder bleibt die Röhrenkonstruktion jetzt für immer? Naja, wir haben ja jetzt, warte mal, warte mal, die jetzt zum letzten Mal da, das war 2020 im Pokal, aber das war glaube ich Corona, da waren glaube ich keine Zuschauer da. Aber ich glaube ich war Ich glaube da war es mit dem Fanradio glaube ich da. Auf jeden Fall, bin mir nicht sicher, aber ich kann mich an sehr viele Wiesbaden Besucher erinnern und ich finde auch euer, also man merkt es nur von innen, also nur wenn man da durchgeht und ich mag euren Pressebereich eigentlich ganz gerne, weil der geordnet ist, weil es da was Gutes zum Essen und zum Trinken gibt, das kann man nicht von allen behaupten. Okay, also ich kenne tatsächlich den Pressebereich bei uns auch, war auch öfter da, aber ich kenne mich in anderen Stadien nicht aus, von daher habe ich da keinen Vergleich. Aber zurück zum Stadion selbst, also es gibt ja die Westtribüne, die wurde vor einigen Jahren neu gebaut, ich glaube die war, bei der Pokalspiel war sie wahrscheinlich noch im Rohbau, da war sie glaube ich noch nicht ganz fertig, abgesehen davon, dass eh noch niemand drauf sitzen durfte wegen Corona, ich glaube die wurde dann, genau, dann prompt zum Abstieg wurde sie dann quasi dann eingeweiht, damals, na warte mal, jetzt bin ich in der Saison verrutscht, da waren wir ja schon wieder in der dritten Liga, wie war denn das? Naja, auf jeden Fall, irgendwo um die Zeit, also die Westtribüne, die ist neu erbaut worden, das ist die erste richtige Betontribüne, genau, die ist komplett mit Sitzplätzen ausgestattet, wie vorher auch, die Stahlrohrtribüne, die da stand, das ist so, von der Planung her ist das ein bisschen lustig, die könnte theoretisch umgerüstet werden in Stehplätze und damit hätte man dann auch diese 15.000 Plätze Gesamtkapazität, die man ja braucht. Also ihr habt jetzt 12.100. Genau, das ist, es gab auch schon mal Spiele mit 12.500, glaube ich irgendwie, ich weiß nicht, wo sie dann da wahrscheinlich in Stehplätzen dann vielleicht noch ein bisschen mehr auffüllen, wobei da wird es dann schon arg eng, also von daher diese guten 12.000, das ist eigentlich so die Kapazität momentan. Genau, also diese Westtribüne, die ist schön, ich saß auch selbst schon ein paar Mal drauf, jetzt nicht bei Ligaspielen, aber bei anderen, also das ist natürlich wunderbar, die anderen Tribünen haben halt vor allem den Nachteil, dass da halt so diese Pfosten für die Dachkonstruktionen da halt manchmal im Blick sind, das hast du da nicht und auch so drumherum hat sich da einiges getan, also halt unterhalb der Westtribüne, da sind dann halt fest eingebaute Toiletten und Kioske, also nicht nur Container. Nach den Spielen ist dann da immer noch, da stehen dann halt so Bierzeltgarnituren, da kann man sich auch noch hinsetzen, ist noch irgendwo ein DJ in der Ecke und sonst irgendwas, also das ist auch so ein kleiner Treff entstanden, so nach den Spielen, das gab es früher auch nicht, das hat sich so jetzt die letzten Jahre jetzt so entwickelt, das ist ganz gut. Der Rest ist noch das gleiche, ja, also was geplant ist, ist das die Südtribüne, das ist da, wo üblich aber die Gäste stehen, die soll ein Stück weiter nach Süden verrückt werden, damit der Innenraum Platz kriegt, das ist halt auch so eine Anforderung halt von DFL beziehungsweise Fernsehen, da geht es aber noch um Genehmigungsverfahren, weil wirklich direkt nebendran ist ja dann der Helmut-Schön-Sportpark und die brauchen auch ihren Platz für Leichtathleten und so weiter, das ist also sehr eng da und da geht es schon seit langem hin und her, wie man das lösen könnte, dass die Tribüne ein Stück weit verschoben wird und trotzdem noch, was weiß ich, die entsprechenden Fluchtwege gewährleistet sind und alle möglichen Sachen, das ist immer noch in der Mache, also da gibt es momentan glaube ich noch keine Lösung, aber das ist wohl das Nächste, was dann irgendwann mal passieren wird. Bist du mit eurem Zuschauerschnitt zufrieden? Heimspiele sehe ich hier auf Transfermarkt 9451? Ja, klar, also wir wissen, wer wir sind, es ist immer noch ein kleiner Verein im Kern und natürlich wird dann halt so der Zuschauerschnitt getrieben, vor allem mit den, je nachdem, welche Mannschaft er hat oder welcher Gegner kommt, gegen die großen Namen ist dann auch mal ausverkauft und wenn nicht ganz so großer Name kommt, dann halt eben auch nicht, aber insgesamt hat sich auch durchaus was im Heimbereich sozusagen getan, also ich sage mal so, das Grundrauschen ist größer geworden, man merkt auch tatsächlich so im Bekanntenkreis, es interessieren sich mehr Leute für den Verein jetzt in der zweiten Liga und Nachbarskinder, die plötzlich sich für Fußball interessieren, die gar nichts vorher damit zu tun hatten, die jetzt regelmäßig ins Stadion kommen und so weiter, also es ist schon deutlich mehr, auch mehr als jetzt beim letzten Aufstieg vor vier Jahren, also von daher wäre es wirklich sehr schade, wenn wir jetzt wieder runter müssten, weil das dann vielleicht dann halt wieder entsprechend abebben würde und wenn wir jetzt, was ja eigentlich das Ziel ist, sich jetzt mal ein bisschen zu etablieren, da wäre es natürlich gut, dass sich auch so die Gesamtszene, der Gesamtzuspruch entsprechend entwickelt. Ja, Etablierung finde ich auch ist da sehr, sehr wichtig, ich sehe es gerade bei euch, der niedrigste Zuschauerstand war 6190 gegen Paderborn, ich würde behaupten, das war im ersten, zweiten Jahr, zweite Liga bei uns auch so das unterste, quasi wenn der unattraktivste Gegner, wie auch immer bei uns war es glaube ich damals, Sandhausen kommt, das ist dann quasi das absolute Minimum und das hat sich bei uns jetzt so auf 8000 festgesetzt, also wir haben dieses Minimum um 2000 verschoben und das glaube ich liegt halt auch daran, dass du fünf Jahre zweite Liga warst, wenn wir das nur mit einem Jahr nicht geschafft. Absolut, genau, das wurde dann halt auch mal im Prinzip eine ganze Fangeneration oder auch, ich habe jetzt auch einige kennengelernt, die jetzt auch in meinem Alter, die auch schon sich seit immer für Fußball interessieren, aber jetzt nie so sich besonders jetzt für den lokalen Drittligisten interessiert haben, Drittliga ist dann halt einfach nicht so spannend und noch dazu im Rhein-Main-Gebiet haben wir dann gleich mehrere Erstligisten um die Ecke, die Eintracht aus Frankfurt überstrahlt natürlich alles, aber dann gerade ein paar Kilometer weiter haben wir Mainz 05, Darmstadt hat jetzt auch mal wieder in der Jahr Erste Liga gespielt, also es ist jetzt nicht so, dass man hier im Rhein-Main-Gebiet jetzt nur sich auf den SVWen konzentriert, ganz im Gegenteil, man muss sich so seine Nische suchen und da hilft es natürlich klar, dass das in der zweiten Liga hat man einfach eine bessere Chance, da auch Leute zu binden, die dann auch länger dabei bleiben und sich mit dem Verein verwurzeln. Gut, dann hoffen wir mal auf zwei spannende Spiele und dass es vielleicht noch ein bisschen Werbung für unsere Vereine sind dann am Ende in Fußball-Deutschland, obwohl es mir trotzdem recht herzlich egal ist, was irgendwelche Norddeutschen über mich denken. Manchmal ist man aber trotzdem dann auch ein bisschen rot rum, wenn der Jan Regensburg nicht immer, oder vielleicht auch du, der Wehen wie Spaden nicht immer als der Kleine irgendwas dahergelaufen ist, weil unterm Strich sind wir zwar klein, aber ich glaube, wir haben uns schon im Fußball-Deutschland etabliert, wir sind jetzt keine irgendwelche Oberligisten, die es mal nach oben gespült hat. Ja, absolut, noch so eine kleine Parallele, vielleicht so zwischen uns und Vereinen, auch wenn das, das darf man jetzt nicht zu laut sagen, auch wenn das unsere aktiven Szenen vielleicht nicht ganz so gerne hören. Ja, ich muss natürlich sagen, du Kunstprodukt mit euren Wasserfiltern. Ja, ja, genau, genau. Seit über 40 Jahren der Wasserfilterverein, genau. Wenn ich eine große, reiche Firma erben würde, würde ich es genauso machen. Ja, ich meine, letztendlich vielleicht ein blöder Schwenk irgendwie, aber letztendlich kann man das dem Hopp ja auch nicht vorwerfen, wenn man so viel Geld hat, ja gut, dann machst du halt deinen Dorfclub dann als Bundesligisten. Ja, das sehe ich ein bisschen kritischer, aber als Sponsor ist es nochmal, ich weiß es nicht ganz genau, wie es bei euch ist, aber ich finde, es läuft halt genau in den Vereinen gut, wo zwar ein tatkräftiger Sponsor da ist, der aber halt sich oft aus den Sportlichen raushält und nicht glaubt, bloß weil er irgendwo eine LKW-Firma, eine Spedition aufgebaut hat, kann er auch gute Fußballtransfers machen. Ja, nee, es ist tatsächlich, also das war jetzt, das war jetzt auch Ja, klar, also ich meine, es sind längst nicht die Dimensionen und auch längst nicht diese kurzfristigen Zeiträume, wie jetzt beispielsweise dann in Hoffenheim, wo das in ein paar Jahren da aufgepumpt wurde. Wie gesagt, also das hier seit 1980 ungefähr ist die Firma Britta beziehungsweise die Familie Handkammer im Verein engagiert und ja, also das ist eine langfristige Geschichte und das wird auch so schnell nicht aufhören. Dazu ist man zu tief miteinander verwurzelt und ja, also ich glaube, da hat jetzt auch keiner ein großes Problem damit, weil die absolute Mehrheit der Fans kennt es ja gar nicht anders. Also wie gesagt, das ist jetzt ein richtig langer Zeitraum schon. Ich träume von einer 1889 FM-Bande im Jahnstadion. Ja, wir haben auch schon gesagt, wir hätten gern die NEL Arena, aber ich glaube, dazu wird es wohl nicht so schnell kommen. Die Stehblock-Tribüne. Ja, das wird sich natürlich anbieten, Ja, guter, dann entlasse ich dich. Du hast, glaube ich, sehr viel jetzt deiner Freizeit aufhören müssen, um in fremde Podcasts zu sein. Ja, immer gerne, immer gerne. Danke und wenn die Leute was über den SVM Wiesbaden erfahren wollen, dann verweise ich mal wieder auf deinen Blog. Gerne. Stehblock.de war es. Genau, da gibt es dann auch unseren Podcast, da gibt es von uns jetzt morgen auch nochmal eine Folge, jetzt quasi mit unserem Blick auf die Relegation, aber Spoiler-Alarm ganz so viel anders als das, was wir jetzt besprochen haben, wird es wahrscheinlich nicht werden, aber dann hört ihr auch nochmal den Micha, meinen Kompagnon. Fußball-Nerds konsumieren alles. Ja, könnt ihr gerne nochmal reinhören, auch ihr lieben Fans vom SSV-Jahren. Super, dann merke dir und noch eine erfolgreiche Zeit, wir sehen uns, wir hören uns dann beim nächsten DFB-Vokalspiel oder so. Ja, sehr gerne, bis dahin, macht's gut. Tschöne bitte. Noch ein ganz kurzer Unterstützer-Rank, zuletzt nicht ganz so viele außerplanmäßige Spenden reingekommen, sehr viele Dauerspenden, danke dafür. Der Grundstock ist immer am wichtigsten, alles andere ist natürlich die Kirsche auf der Torte, aber eine Spende natürlich besonders wieder von Paul und Sonja, die ist, glaube ich, ganz kurz vor der letzten Folge reingekommen und da haben sie in den Überweisungsbetreff geschrieben, macht die letzten Trumpfunk-Übertragungen, vielleicht hilft's was. Wir sind immer recht früh eingeteilt zur Information und bin auch recht froh darum, dass das Team mittlerweile eine ordentliche Größe erreicht hat, dass ich nicht jedes Spiel alleine mache oder alleine jedes Spiel selber machen muss. Also, die Entwicklung ist durchaus sehr positiv, aber ich hab's mir zu Herzen genommen und wie in der Folge schon ein bisschen angeteasert. Ich werde das Rückspiel kommentieren und hoffe, dass es so legendär wird wie der Aufstieg gegen Wolfsburg, den kann man sich ja immer noch auf YouTube anhören und ja, da muss ich mir schon fast auch selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das war sehr geil emotional. Ich hoffe, es wird wieder so emotional. Ich hoffe, wir feiern dann wieder den Aufstieg und ich hab was für meine Kombinatoren-Tribüne, Vitrine eher gesagt, ja, was man sich quasi mental reinstellen kann, an dem man sich immer wieder hochziehen kann. Wenn es schlecht läuft, schau ich immer mal wieder, wie Andi Geipel diesen Elfmeter verwandelt. Ja, macht sehr viel Spaß auf jeden Fall und ich hoffe, es bringt Glück und ja, wir steigen auf, auch wenn die Stimmung gerade nicht so der Hammer ist. Wenn ihr dieses Projekt weiter unterstützen wollt, beziehungsweise hauptsächlich mich, dann findet ihr die Unterstützungsmöglichkeiten in den Shownotes oder oben im Menü von 1889FM. Alle, die mehr als 5 Euro spenden und ihre Adresse in den Überweisungsbetreff, in den Verwendungszweck eingeben, die bekommen ein kleines Stickerpaket zugeschickt, vielleicht ja auch ein nettes Mitbringsel für irgendwelche Urlaubsausflüge oder ja, wenn man eine Autobahntoilette verschönern möchte oder sowas. Aber keine Anstiftung zu Straftaten, zur Verschönerung. Alle, 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 alle,